Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das müssen wir jetzt abwarten. Die sind zu hoch. Da kommen wir mit dran. So, das würde mich jetzt nicht hier erwischen. Eigentlich dürfte ich von der Düse nach vorne. Eine Werkbank. Wir machen mal ran, weil wir wollten uns richtig verbessern. Wir haben jetzt noch einen Knoten mehr. Und den gönnen wir uns bei Luft. Weil wir Japsen relativ schnell auf dem Trocknen finden. Persönlich unten und sie fällt mir nicht. Sobald hier mal rein, mal die Luft weg ist. Oh. Vielleicht Hüsi. Das ist nicht so gut. Oh. So. Ab der Elevator. Scheiße. Oh. Oh, komm mal fest. Hey Jungs. Oh. Oh, dass ist das? Hau ab! Oh, ich hab' hinter mir! Schön da vorne, das hat jetzt Versichtteil irgendwie. Aber ich kann nicht die Zeit haben, da zu revelen. Und die hat fast Angst. Oh! 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 Oh. Oh! muss ich dich mal leider wegfetzen so fahrstuhl, fahrstuhl mit nach oben fahrstuhl, fahrstuhl, fahrstuhl mit nach oben fahrstuhl und fahrstuhl hier erwartet mir noch Gehen wir erstmal zu meinem Ort, wo ich hin muss, da drüben. Ihr seid doch Penner, ich seh auch, hier passiert auch ne Scheiße. Oh shit! Mach weiter! Take dich weg! Kill'n! Komm her! Alter! Hier ist bitte Voll! Aaaahh, Mann, 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 Mann alter! Oh, 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 oh.